Da springen sie, wie die fliegen. Guck mal. Guck mal da, wie die fliegen. Guck mal da. Oh, das sieht auch geil aus. Guck mal hier. Nice, das sieht echt gut aus. Nur noch 22 Leute. Ich bin schon unter den Top 22. GG. Die Zia ist hier einer. Da oben ist einer. Kontakt. Ja, Kill. Kill. Oh, fuck it. Kill. Mein erster Kill. Trude geht raus. Nice, habt ihr das gesehen? Alter Schwede, was für ein Potshot. WTF, geboren für das Spiel. Es war spontan. Also wir haben gestern überlegt, ja. Ich war aber auch richtig groggy von der Arbeitswoche und so. Und dann, du kennst das vielleicht, so Bock auf gar nichts. Und man ist richtig kaputt. Und dann Dave so, ey, hast du gleich Bock auf Fortnite? Und ich so, ja, hab ich auch schon mal drüber nachgedacht. Fortnite, ja, lass uns mal schnell starten. Ich so, ja, okay. Ich bin schnell runtergeladen gestern Abend, eine Runde gespielt. Und es war cool. War richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, bereiten wir doch mal vor, morgen Abend. Ja, und hier sind wir. Ähm, ich sag euch mal gerade, was ich gemacht habe. Also die ersten beiden Tutorials musste ich spielen, deswegen hat Dave auch so lange warten müssen eben. Ähm, hier einmal Shield Defense und Loot Llamas. Ich hab's auf Englisch schon. Lassen wir es euch angeschossen. Hier, das haben wir wohl gemacht. Stufe 1 erreicht. Und ich glaube, dass wir dann langfristig hier die ganze Karte kunden. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Helden, keine Ahnung. Guck ich mir alles später an. Squats, keine Ahnung. Armory, keine Ahnung. Skills, keine Ahnung. Loot, Ahnung. Loot können wir uns holen. Ähm, kriege ich das einfach so, oder was? Ja, den Loot können wir holen. GG. Nice, nice. Das ist Bambus im Wochenende. Ist das gut? Also, sag mal so, ist es besser als irgendwas mit Nikotin, ne? Also, ich hau mal drauf. Nice. Yes. Lama geht down. Okay. Support Specialist Hawk. Common Survivor. Ich lass es erstmal. Ich möchte nicht hier irgendwas holen, wo ich am Ende dann bereue. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Hau jetzt mal First Blood. First Blood geht raus. Wir machen ein paar Zielebungen, weil ich die Maus noch einstellen muss. Hier. Scheiße, ist da keine Waffe drin. Oh, Mann, wie wenig Lack kann man haben. Ja, sieht schon geil aus, oder? Guck mal hier. Da springen sie, wie die fliegen. Guck mal. Guck mal da, wie die fliegen. Guck mal da. Oh, sieht auch geil aus. Guck mal hier. Nice, das sieht echt gut aus. Okay, wir müssen auch springen. Wir suchen uns mal ein Ziel raus. Tomato Town. Tomato Town. Das ist hier. Drei, zwei, eins. Raus. Okay, wir sind in der Luft. Let's go. Loll, was bist du, Rotini? Ein Panda. Ausdruckszeichen Panda. Zett mein Name. Erik mein richtiger Name. Und zusammen sind wir Zickzerik. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das so gesagt habe. Okay, hier landen wir. Let's go. Schade, dass man auch nicht sieht, wer alles mitspielt, ne? Oder gibt's hier so eine Spieleliste? Wisst ihr das? Weil, ich bin mir sicher. Oh, scheiße. Kommen wir da? Oh, das wird knapp. Machen wir. Volles Risiko. Machen wir. Komm, 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 komm. Komm. Scheiße. 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 Nein. 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 Äh, hier. Okay. Aber für die erste Runde nicht schlecht, oder? Pottlandung. Äh, direkt die Waffen geschnappt. Konnten direkt durchstarten, theoretisch. War nicht schlecht für die allererste Runde. War nicht schlecht. Ne, es geht los. Ich mache jetzt First Jump. Acht Sekunden. Let's go. Moin, war lange nicht mehr da? Zick kein zu mich noch. Jonax. Ja, Jonax. Moin. Wenn du da bist. Jonax, ich erinnere mich noch an dich. Clash Royale. Ich weiß nicht, ob du das letzte Mal bei Clash Royale dabei warst. Ähm, ne, glaube ich nicht. Oh, scheiße. Ich habe das Ding zufrau ausgauen. Ähm, press space to skydive. Ah. Geil. Ich möchte ja da oben auf diesen Kuchenberg da. Gucken, ob das geht. Ich merke schon, wie Erik abkackt. Ne, ne, Konzi. Äh. Gehen da noch mehr auf den Kuchenberg? Versuchen mal ein bisschen Strecke zu überwinden hier. Und los. Da sind aber noch zwei andere, glaube ich. Da ist einer. Ja, 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 ja. Da ist einer. Scheiße, ich brauche was anderes. Okay. Okay, wir nehmen unten die Hütten. Wir müssen da runter. Wie war das mit dem First Blood? Der First Blood ging raus an mich, äh, Speedy. Also, leider falsch rum. Aber es war First Blood. Wie versprochen. Es ist erst die zweite Runde, ne? Ihr dürft es nicht vergessen. Was bin ich noch? Äh, ja, Noob würde ich jetzt nicht sagen. Noob, äh. Guck mal hier, die Aktion allein schon. Ja. Aha. Okay. Wir haben unsere S-Waffe mit Alt, sehe ich es genau? Hier mit Alt. Und wir haben die Submachine Gun. 37 Schuss. Okay, hier ein M4 oder was? Stummgewehr ist das, glaube ich, einfach nur. Gucken wir mal. Äh, Assault Rifle. Achso, ich habe es auf Englisch gestellt jetzt. Wegen dem Code für Dave habe ich es einmal auf Englisch gestellt. Weil es hieß angeblich, gibt es in der deutschen Version Probleme mit den Codes. So, das muss ich trinken. Genau. Nice. Wie viele Sekunden hat er überlebt? Ja, also, auf Sekunden würde ich das nicht, äh, auf Sekunden würde ich das nicht festmachen. Weißt du, wie ich meine? Also, Sekunden, da guckt er, auf Sekunden guckt keiner. 24 Sekunden im WTF. Keller. Da, ich höre was glitzern. Oder ist das hier oben? Das ist, das ist, scheint er draußen zu sein. Wir gehen nochmal hoch. Äh, denkt dran, das ist meine, mein First Time, ne? Ich bin, bin noch Jungfrau hier. Scheiße, ich falle direkt runter. GG. Ich falle direkt runter. Ich sag mal, wir hatten da die, die, die Bodenplatte weggehauen. Ich, Idiot, haut da. Scheiße. Da hat echt jemand die Bodenplatte. Guck mal hier. Komm ich nicht mehr rein. Geh mal hier rein. Geht das? Ja, das geht. Das ist so nice, dass man alles kaputt hauen kann. Ich darf nicht zu viel kaputt hauen. Komm schon. Da ist die Kiste. Also. Shit, komm ich denn da schon wieder hin? Alter, schade. Kann ich hier das Haus, die Wand kaputt machen? Okay. Und Kiste. Na also. Da muss man alles noch lernen. Kiste geht auf. Und ein grüner Gegenstand. Bist du schon ein richtiger Pro? Oh, danke dir. Der hier ist gar nicht so krass eingestellt, dass ich schon Pro bin. Aber. Ja. Also Tendenzen sind doch deutlich zu erkennen. Warte mal. Wir gehen mal hier einfach mal in die Mitte. Also Orientierungspunkt. Let's go. Panda aufreißen. So. Wir bauen unser erstes Kling hier. Warte mal. So. Okay. Einfach mal zum Üben. Alles klar. Pistole. Brauche ich jetzt gar nicht mal. Okay. Muss ich natürlich schneller machen. Das nächste Mal mit Q. Und dann könnte ich sofort. Ne. Ich muss erst wechseln. Q, F, 3. Das ist ein bisschen umständlich. Q, Q. Okay. Ne gut. Lassen wir es. Let's go. Ich weiß es. Ich habe jetzt 22. Okay. 32. Ich glaube ich habe erst 22 oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah. Wir sind gleich in der Zone. Okay. Wir müssen jetzt aufpassen. Muss ich kurz konzentrieren, Leute. Eine Sekunde. Kurz ein paar Kills machen. Okay. Wir geschleichen uns hier ran. Duckmodus geht raus. Okay. Wir gehen erst mal zum Festival-Ballon hier. Was auch immer das ist. Was ist eine Lootkiste? Keine Ahnung. Wow. Das sieht auch gut aus. Search. Oh. Ja. Ja. Oh. Und ein Sniper. Mann. Alle erste Sniper. Genau. Und die Sniper sind am Start. Okay. Gucken. Wow. Nice. Richtig geil. Cool. Vor dir ist ein Drop. Ah. Das war ein Drop. Okay. Okay. Der Ballon ist OP sogar. Okay. Krass. Haben wir richtig Glück gehabt oder was? Kurz ein paar Kills machen. Und dann verreckt er gleich. Verstückt. Nee. Kurz den Wind machen. Dann bin ich wieder feucht. Ich muss kurz den Wind machen. Kurz Chicken abholen. Bevor das noch kalt wird. Warte. Ich bin so heiß auf den Kill. Hast du es geschafft? Ja. Ein Lama habe ich verhauen. Ein Lama. Loot. 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 Ich bin gerade in meiner zweiten Multiplayer-Runde. Nur noch 22 Leute. Ich bin schon unter den Top 22. GG. Ja. Kontakt. Da hat jemand was gebaut. Oder nicht? Da war ein Kontakt. Ja. Gut Gamer. Ich spiele heute zum ersten Mal. Ich glaube da war was. Ich fange heute erst an. Ja da ist doch was. Guck mal. Der hat doch die Tür danach gebaut. Oder war das ein Grafikfehler? Ich will mich nicht wachen. Oh guck mal da kommt ein Ballon. Oh fuck. Edi. Was geht? Bist du verrückt? Edi vielen Dank für deinen Host. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Alter Schwede das ist so leise. Ich flüster hier schon. Und du haust den Host raus. Vielen Dank für deinen Host. Aber ähm. Schock-Effekt. Schock-Effekt inklusive auf jeden Fall. Das war echt übel gerade. Okay. Gucken Sie mir neue Zone an. Ah. Ich muss weit laufen. Scheiße. Scheiße. Ich versuche oben rum zu laufen. Da ist keiner, Mann. Kann sich nicht hinlegen, sondern nur ducken. Okay. Okay. Da habe ich mich da schon mal nicht zerpasst. Oh scheiße. Ich muss jetzt echt weit laufen. Shit, Mann. Nein. Ich sterbe jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich dachte ich kriege jetzt einen drauf. Die Sieger ist hier einer. Da oben ist einer. Kontakt. Ja. Kill. Kill. Oh. Fuck it. Kill. Mein erster Kill. Tröte geht raus. Weiß. Habt ihr das gesehen? Alter Schwede. Was für ein Potshot. WTF. Geboren für das Spiel. Oder wie? Guck das mal an. Unglaublich. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich wechsle auf die 3 und hole mir den Loot. Alter Schwede. Alter Schwede. Und die Waffe sieht auch nice aus. Warte mal. Die ist doch jetzt Legendary. Ja, die ist seltener als die, die ich jetzt habe. Genau. Okay. WTF hier. Geil. Ah nee, warte mal. Scheiße. Das tut halt überfordert gerade. Ich muss erstmal das Zeug hinnehmen. Noch ein bisschen Ausschau halten. Wie viel Zeit habe ich? 44 Sekunden. Alter Schwede. 44 Sekunden. Äh. Okay. Tauschen wir das aus. Äh. Äh. Ich glaube vom Equipment her. Ne. Ich tausche das nochmal aus. Da habe ich eine Nahkampfwaffe. Midrange und Fernkampf. Gut. Wir gehen auf die Midrange. Was ist denn das für eine Waffe überhaupt? Alter, jetzt bin ich jetzt auch ein bisschen. Assault Rifle. Okay, das ist normal. Assault Rifle nennt die sich. Im Legendary Style. Alles klar. Oh Mann, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Okay. Die hat nichts weiter gehabt. Assault Rifle. Burst. Ah, brauche ich nicht. Shotgun. Heiß drauf, oder? Hinterhüllt ist keiner für die. Erik, kommst du eigentlich aus Pandoria, wenn du ein Panda bist? Ja, so ähnlich. Das ist, äh. Warte, ich muss mich konzentrieren. Scheiß. Scheiß, ich muss in den... Leute, es wird gut. Hast du die Waffe im Spiel gerade bekommen aus dem Ballon? Ah, die Sniper? Äh, Dave. Ich bin neun... Ah, neun. Bin sehr nervös gerade. Go, go, go. Shit, Mann. Wieder einfach zwei Legendary Waffen. Easy Moral. Das habe ich immer. Also meistens zwei bis drei, sage ich mal. Gut, jetzt habe ich zwei. So das Minimum, was ich auch brauche. So mein Standard. Mein... Mein persönlicher Standard. Mal gucken. Ach, du Scheiße. Was denn? Das ist deep. Du kannst hier so verschiedene Charaktere aus... Fuck. Wo? Da oben? Scheiße, daneben. Also Helden. Er wird beschossen, hinter mir. Deckung, 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 Deckung. Shit. Den ziehen wir uns. Hinter mir ist noch ein... War ich zu dem... War es kein Kill? Nein. Ah, da bin ich noch zu schlecht für. Shit. Ah, ich bin down gegangen. Aber, äh, immerhin noch fünf... Platz sechs. Ah, meine Nerven. Shit. Jetzt ist er ein bisschen in den Top-Tender-Spieler gerade. Geil. Oh-o-chatch. Themotor Trade-Spieler gerade, ich liebe tre zu zweifeln. Ich operating ein bisschen inhalant, Zurück hat mich zu ச pomocujen in der Welt. Da war ganz, was ich...